Wer bin ich, Harald? Du musst aufgrund der Vereinsstationen den gesuchten Spieler erraten. Ich habe meine Karriere in Köflach begonnen. Köflach? Ja, sehr gut. Da kommen Skischuhe her, glaube ich. Keine Ahnung. Danach ging es in die Regionalliga zum ASK Volzberg. 1997 folgte der große Schritt Richtung Bundesliga Austria Salzburg. Und später unterschrieb ich für vier Jahre beim GRK. Noch immer keine Anzeigen. 2005 kehrte ich zurück nach Salzburg, allerdings zu Red Bull Salzburg. Ja, jetzt hast du es okay. Nach fünf erfolgreichen Jahren wechselte ich zum LASK. Und später ließ ich meine Karriere beim FC Liefering ausklingen. Harald, wer bin ich? René Aufhauser. Stimmt, sehr gut. Ich glaube, wie viele Vereine hast du gebraucht? Ich habe die Rückkehr vom GRK gebraucht.